Ich bin froh, wenn ich mein Abendbrot schon drin habe, weil ich habe doch so viele Tabletten genommen. Warum nimmst du doch die Tassen? Mein Gott, verstehst du nicht die Tassen? Da geht doch nichts rein. Milita, das spielt doch keine Rolle. Ich bin doch aber so klein. Ach Gott im Himmel. Weißt du was, sie Tassen heute Morgen Mittag verlieren. Ich habe so ganz kleine, die haben sie rausgeholt und haben getrunken. Und ist nichts passiert. Naja, nichts passiert, aber... Und keiner ist dort, ne? Warum? Ich hab das doch alles. Na, sitz mal ruhig und lass dich bedient. Kannst du noch ein bisschen schimpfen? Lachen und schimpfen, ne? Nee, ich will doch, dass ich es gut hab. Ja, dann bringt sie so eine Tasse, vier... Und sie hat die, die sie gebracht hat, oder so eine Tasse getrunken? Nein, ich sag Tassen, Tassen und sie bringt die ganz klein. Ich zeig schon. Ich ärgere dich nicht. Das ist schon keine Tasse. Ich hab mir die große gebracht. Danke. mille litte. Das heißt schon kruk, das ist keine Tasse. Das ist Tasse. Und du was ja auch echt Business. Nein, nein... Das ist dein Bierkruk, so groß. Nein, nein, nein. Krug ist wie dieses. closest,Cu Welch gibt sicherlich, nicht Claudia Frald. Das ist ein Mars, also. Ja, ich hab mir gedacht. Das ist ein litter. Ein Liter Mass, meine Damen, das ist? Es war sauerlich. Nein, nein. Ja, ja. Ja, nein, nein, nein. Wie viele Filme machst du? Der Jerzy kann noch ein Video aufnehmen, ne? Ja, mache ich eben. Ich mache ein Video. Er ist aber schlau, ne? Schlau, Kind. Ein bisschen Nase bohren. Schlau und frech, ne? Ich? Ne, der. Aber nicht schlau. Nicht schlau, aber frech. Trotz, trotz. Und wie lange kannst du aufnehmen? Eine halbe Stunde. Boah, das ist aber viel. Das ist aber eine halbe Stunde.